Georg Wilhelm Friedrich Hegel Die Phänomenologie des Geistes Vorrede Eine Erklärung, wie sie in einer Schrift einer Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, über den Zweck, den der Verfasser sich in ihr vorgesetzt, sowie über die Veranlassung und das Verhältnis, worin er sie zu anderen, früheren oder gleichzeitigen Behandlungen des selben Gegenstandes zu stehen glaubt, scheint bei einer philosophischen Schrift nicht nur überflüssig, sondern um der Natur der Sachwillen sogar unpassend und zweckwidrig zu sein. Denn wie und was von der Philosophie in einer Vorrede zu sagen schicklich wäre, etwa eine historische Angabe der Tendenz und des Standpunkts, des allgemeinen Inhalts und der Resultate, eine Verbindung von hin und her sprechenden Behauptungen und Versicherungen über das Wahre, kann nicht für die Art und Weise gelten, in der die philosophische Wahrheit darzustellen sei. Auch weil die Philosophie wesentliche Elemente der Allgemeinheit ist, die das Besondere in sich schließt, so findet bei ihr mehr als bei anderen Wissenschaften der Schein statt, als ob in dem Zwecke oder dem letzten Resultaten die Sache selbst und sogar in ihrem vollkommenen Wesen ausgedrückt wäre, gegen welches die Ausführung eigentlich das Unwesentliche sei. In der allgemeinen Vorstellung hingegen, was zum Beispiel Anatomie sei, etwa die Kenntnis der Teile des Körpers nach ihrem unlebendigen Dasein betrachtet, ist man überzeugt die Sache selbst, den Inhalt dieser Wissenschaft noch nicht zu besitzen, sondern außerdem um das Besondere sich bemühen zu müssen. Werner pflegt bei einem solchen Aggregate von Kenntnissen, die das den Namen Wissenschaft nicht mit Recht führt, eine Konversation über Zweck und dergleichen Allgemeinheiten nicht von der historischen und begrifflosen Weise verschieden zu sein, in der auch von dem Inhalte selbst, diesen Nerven, Muskeln und so fort, gesprochen wird. Bei der Philosophie hingegen würde die Ungleichheit entstehen, das von einer solchen Weise Gebrauch gemacht und diese doch von ihr selbst als unfähig, die Wahrheit zu fassen, aufgezeigt würde. So wird auch durch die Bestimmung der Verhältnisse des Verhältnisses, das ein philosophisches Werk zu anderen Bestrebungen über denselben Gegenstand zu haben glaubt, ein fremdartiges Interesse hereingezogen und das, worauf es bei der Erkenntnis der Wahrheit ankommt, verdunkelt. So fest der Meinung der Gegensatz des Wahren und des Falschen wird, so pflegt sie auch entweder Beistimmung oder Widerspruch gegen ein vorhandenes philosophisches System zu erwarten und in einer Erklärung über ein solches nur entweder das eine oder das andere zu sehen. Sie begreift die Verschiedenheit philosophischer Systeme nicht so sehr als die fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, als sie in der Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte und man könnte sagen, dass jene von dieser widerlegt wird. Ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist. Und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus. Aber der Widerspruch gegen ein philosophisches System pflegt teils sich selbst nicht auf diese Weise zu begreifen. Teils auch weiß das auffassende Bewusstsein gemeinhin nicht, ihn von seiner Einseitigkeit zu befreien oder frei zu erhalten und in der Gestalt des streitenden und sich zu widerscheinenden gegenseitig notwendigen Momente zu erkennen. Die Forderung von dergleichen Erklärung sowie die Befriedigung derselben gelten leicht dafür, dass das Wesentliche zu betreiben. Worin könnte mehr das Interesse einer philosophischen Schrift ausgesprochen sein, als in den Zwecken und den Resultaten derselben und wodurch diese bestimmte erkannt werden, als durch ihre Verschiedenheit von dem, was dem Zeitalter sonst in derselben Sphäre hervorbringt. Wenn aber ein solches Tun für mehr als für den Anfang des Erkennens, wenn es für das wirkliche Erkennen gelten soll, ist es in der Tat zu den Erfindungen zu rechnen, die Sache selbst zu umgehen und dieses beides zu verbinden, den Anschein des Ernstes und Bemühen um sie und die wirkliche Ersparung derselben. Denn die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer Ausführung. Noch ist das Resultat das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinen Werden. Der Zweck für sich ist das unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seine Wirklichkeit noch entbehrt und das nackte Resultat ist der Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen. Ebenso ist die Verschiedenheit vielmehr die Grenze der Sache. Sie ist da, wo die Sache aufhört. Oder sie ist das, was diese nicht ist. Solche Bemühungen mit dem Zwecke oder den Resultaten, sowie mit den Verschiedenheiten und Beurteilungen des einen und des anderen sind daher eine leichtere Arbeit, als sie vielleicht scheinen. Denn statt mit der Sache sich zu befassen, ist solches Tun immer über sie hinaus. Statt in ihr zu verweilen und sich in ihr zu vergessen, greift solches Wissen immer nach einem anderen und bleibt vielmehr bei sich selbst, als dass es bei der Sache ist und sich hierhin gibt. Das leichteste ist, was Gehalt und Gelegenheit zu beurteilen, schwerer es zu fassen, das schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen. Der Anfang der Bildung und des Herausarbeitens aus dieser Unmittelbarkeit des substanziellen Lebens wird immer damit gemacht werden müssen, Kenntnisse, allgemeine Grundsätze und Gesichtspunkte zu erwerben, sich nur erst zu dem Gedanken der Sache überhaupt heraufzuarbeiten, nicht weniger sie mit Gründen zu unterstützen oder zu widerlegen, die konkrete und reiche Fülle nach Bestimmtheiten aufzufassen und ordentlich, Bescheid und ernsthaftes Urteil über sie zu erteilen zu wissen. Dieser Anfang der Bildung wird aber zunächst im Ernste des erfüllten Lebens Platz machen, der in der Erfahrung der Sache selbst hineinführt und wenn auch dies noch hinzukommt, dass der Ernst des Begriffes in der Konversation ihre schickliche Stelle behalten. Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein, daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaft näherkomme, dem Ziele, ihr Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein, ist, was ich mir vorgesetzt. Die innere Notwendigkeit, dass das Wissen Wissenschaft sei, liegt in seiner Natur und die befriedigende Erklärung hierüber ist allein die Darstellung der Philosophie selbst. Die äußere Notwendigkeit aber, insofern sie abgesehen von der Zufälligkeit der Person und der individuellen Veranlassung auf eine allgemeine Weise gefasst wird, ist dasselbe, was die innere ist, in der Gestalt nämlich, wie die Zeit, das Dasein ihrer Momente vorstellt. Dass die Erhebung der Philosophie zur Wissenschaft an der Zeit ist, dies aufzuzeigen, würde daher die einzig wahre Rechtfertigung der Versuche sein, die diesen Zweck haben, weil sie dessen Notwendigkeit da tun, ja, sie ihn zugleich ausführen würden. Indem die wahre Gestalt der Wahrheit in diese Wissenschaftlichkeit gesetzt wird oder, was dasselbe ist, indem die Wahrheit behauptet wird, an dem Begriffe allein das Element ihrer Existenz zu haben, so weiß ich, dass dies im Widerspruch mit einer Vorstellung und deren Folgen zu stehen scheint, welche eine so große Anmaßung als Ausbreitung in der Überzeugung des Zeitalters hat. Eine Erklärung über diesen Widerspruch scheint darum nicht überflüssig, wenn sie auch hier nichts als gleichfalls eine Versicherung wie das, gegen was sie geht, sein kann. Wenn nämlich das Wahre nur in demjenigen oder vielmehr nur als dasjenige existiert, was bald Anschauung, bald unmittelbares Wissen des Absoluten, Religion, das Sein, nicht im Zentrum der göttlichen Liebe, sondern das Sein desselben Selbst genannt wird, so wird von da aus zugleich für die Darstellung der Philosophie vielmehr das Gegenteil der Form des Begriffs gefordert. Das Absolute soll nicht begriffen, sondern gefühlt und angeschaut werden. Nicht sein Begriff, sondern sein Gefühl und Anschauung sollen das Wort führen und ausgesprochen werden. Wird die Erscheinung einer solchen Forderung nach ihrem allgemeinen Zusammenhang aufgefasst und auf die Stufe gesehen, worauf der selbstbewusste Geist gegenwärtig steht, so ist er über das substanzielle Leben, das er sonst, im Elemente des Gedankens führe, hinaus. Über diese Unmittelbarkeit seines Glaubens, über die Befriedigung und Sicherheit der Gewissheit, welche das Bewusstsein von seiner Versöhnung mit dem Wesen und dessen Allgemeiner der inneren und äußeren Gegenwart besaß. Er ist nicht nur darüber hinausgegangen in das andere Extrem der substanziellen Reflexion seiner selbst, seiner in sich selbst, sondern auch über diese. Sein wesentliches Leben ist ihm nicht nur verloren, er ist sich auch dieses Verlustes und der Endlichkeit, die sein Inhalt ist, bewusst. Von den Trebern sich wegwendend, dass er im Argen liegt, bekennt und darauf schmähend, verlangt er nun von der Philosophie nicht so voll das Wissen dessen, was er ist, als zur Herstellung jener Substantialität und der Gediegenheit des Seins erst wieder durch sie zu gelangen. Diesem Bedürfnis soll sie also nicht so sehr die Verschlossenheit der Substanz aufschließen und diese zum Selbstbewusstsein erheben. Nicht so sehr das chaotische Bewusstsein zur gedachten Ordnung und zur Einfachheit des Begriffs zurückbringen, als vielmehr die Sonderung des Gedankens zusammenzuschütten, dem unterscheidenen Begriff unterdrücken und das Gefühl des Wesens herstellen. Nicht sowohl Einsicht als Erbauung gewähren. Das Schöne, Heilige, Ewige, die Religion und Liebe sind der Köder, der gefordert wird, um die Lust zum Anbeißen zu erwecken. Nicht der Begriff, sondern die Ekstase. Nicht die kalt fortschreitende Notwendigkeit der Sache, sondern die gährende Begeisterung soll die Haltung und Fortleitung Ausbreitung des Reichtums der Substanz sein. Dieser Forderung entspricht die angestrengte und fast eifernd und gereizt sich zeigende Bemühung, die Menschen aus der Versunkenheit ins Sinnliche, Gemeine und Einzelne herauszureißen und ihren Blick zu den Sternen aufzurichten, als ob sie des Göttlichen ganz vergessend mit Staub und Wasser wie der Wurm auf den Punkten sich zu befriedigen stünden. Sonst hatten sie einen Himmel mit weitläufigem Reichtum von Gedanken und Bildern ausgestattet. Von allem, was ist, lag die Bedeutung in dem Lichtfaden, durch den es an den Himmel geknüpft war. An ihm, statt in dieser Gegenwart zu verweilen, glitt der Blick über sie hinaus, zum göttlichen Wesen, zu einer, wenn man so sagen kann, jenseitigen Gegenwart hinauf. Das Auge des Geistes musste mit Zwanke auf das Irdische gerichtet und bei ihm festgehalten werden, und es hatte einer langen Zeit bedurft, jene Klarheit, die nur das Überirdische hatte, in Dumpfheit und Verborenheit, worin der Sinn des Diesseitigen lag, hineinzuarbeiten, und die Aufmerksamkeit auf das Gegenwärtige als solches, welche Erfahrung genannt wurde, interessant und geltend zu machen. Jetzt scheint die Not des Gegenteils vorhanden, der Sinn so sehr in dem Irdischen festgewurzelt, dass es gleicher Gewalt bedarf, ihn darüber zu erheben. Der Geist zeigt sich so arm, dass er sich wie in der Sandwüste der Wanderer nach einem einfachen Trunk Wassers, nur nach dem dürftigen Gefühle des Göttlichen überhaupt, für seine Erquickung zu sehen scheint. An diesem, woran dem Geiste genügt, ist die Größe seines Verlustes zu ermessen. Diese Genügsamkeit des Empfangs oder Sparsamkeit des Gebens ziemt der Wissenschaft nicht. Wer nur Erbauung sucht, wer die irdische Manikfaltigkeit seines Daseins und des Gedankens in Nebel einzuhüllen und nach dem unbestimmten Genusse dieser unbestimmten Göttlichkeit verlangt, mag zusehen, wo er dies findet. Er wird leicht selbst, sich etwas vorzuschwärmen und damit sich aufzuspreizen, die Mittel finden. Die Philosophie aber muss sich hüten, erbaulich sein zu wollen. Noch weniger muss diese Genügsamkeit, die auf die Wissenschaft verzicht tut, darauf Anspruch machen, dass solche Begeisterung und Trübheit etwas Höheres sei als die Wissenschaft. Dieses prophetische Reden meint recht, im Mittelpunkte und der Tiefe zu bleiben, blickt verächtlich auf die Bestimmtheit, den Horrors, und hält sich absichtlich von den Begriffen und der Notwendigkeit entfernt, als von der Reflexion, die nur in der Endlichkeit hause. Wie es aber eine leere Breite gibt, so auch eine leere Tiefe. Wie eine Extension der Substanz, die sich in endliche Manikfaltigkeit ergießt, ohne Kraft, sie zusammenzuhalten. So eine gehaltlose Intensität, welche als lautere Kraft ohne Ausbreitung sich haltend dasselbe ist wie die Oberflächlichkeit. Die Kraft des Geistes ist nur so groß als ihre Äußerung, seine Tiefe nur so tief, als er in seiner Auslegung sich auszubreiten und sich zu verlieren getraut. Zugleich, wenn dies begrifflose und substanzielle Wissen, die Eigenheit des Selbst in dem Wesen versenkt zu haben und wahr und heilig zu philosophieren vorgibt, so verbirgt es sich dies, dass es statt dem Gotte ergeben zu sein, durch die Verschmähung des Maßes und der Bestimmung vielmehr nur bald in sich selbst die Zufälligkeit des Inhalts bald in ihm die eigene Willkür gewähren lässt. Indem sie sich dem ungebändigten Gern der Substanz überlassen, meinen sie, durch die Einhüllung des Selbstbewusstseins und aufgeben des Verstandes, die Seinen zu sein, denen Gott die Wahrheit im Schlafe gibt. Was sie so in der Tat im Schlafe empfangen und gebären, sind darum auch Träume. Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriff, es in die Vergangenheit hinabzuversenken und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Zwar ist er nie in Ruhe, sondern immer in fortschreitender Bewegung begriffen. Aber wie beim Kinde nach langer, stiller Ernährung und der erste Atemzug jener Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht, ein qualitativer Sprung und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und Stille der neuen Gestalt entgegen. Löst ein Teilchen des Baus seiner vorhergehenden Welt nach dem anderen auf. Ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet. Der Leichtsinn, wie die Langeweile die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten, sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzuge ist. Dies allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht verändert, wird durch den Aufgang unterbrochen, der einen Blitz in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies neue so wenig als das eben geborene Kind. Und dies ist wesentlich nicht außer Acht zu lassen. Das erste Auftreten ist erst seine Unmittelbarkeit oder sein Begriff. So wenig ein Gebäude fertig ist, wenn sein Grund gelegt worden, so wenig ist der erreichte Begriff des Ganzen, das Ganze selbst. Wo wir eine Eichel in der Kraft ihres Stammes und in der Ausbreitung ihrer Äste und den Massen ihrer Belaubung zu sehen wünschen, sind wir nicht zufrieden, wenn uns anstelle dieser eine Eichel gezeigt wird. So ist die Wissenschaft die Krone einer Welt des Geistes nicht in ihrem Anfange vollendet. Der Anfang des neuen Geistes ist das Produkt einer weitläufigen Umwälzung von manikfachen Bildungsformen. Der Preis eines vielfach verschlungenen Weges und ebenso Sukzessionen wie aus einer Ausdehnung in sich zurückgehende Ganze, der gewordene einfache Begriff derselben. Die Wirklichkeit dieses einfachen Ganzen aber besteht darin, dass jene zu Momenten gewordenen Gestaltungen sich wieder von Neuem, aber in ihrem neuen Elemente in dem gewordenen Sinne entwickeln und Gestaltungen geben. Indem einerseits die erste Erscheinung der neuen Welt nur erst das in seiner Einfachheit verhüllte Ganze oder sein allgemeiner Grund ist, so ist dem Bewusstsein dagegen der Reichtum des vorhergehenden Daseins noch in Erinnerung gegenwärtig. Es vermisst an der neu erscheinenden Gestalt die Ausbreitung und Besonderung des Inhalts. Noch mehr aber vermisst es die Ausbildung der Form, wodurch die Unterschiede mit Sicherheit bestimmt und in ihre festen Verhältnisse geordnet werden. Ohne die Ausbildung entbehrt die Wissenschaft der allgemeinen Verständlichkeit und hat den Schein, ein esoterisches Besitztum einer einiger Einzelner zu sein. Ein esoterisches Besitztum, denn sie ist nur erst in ihren Begriffen oder ihr Inneres vorhanden einiger Einzelner, denn ihre unausgebreitete Erscheinung macht ihr Dasein zum Einzelnen. Erst, was vollkommen bestimmt ist, ist zugleich exoterisch, begreiflich und fähig gelernt, um das Eigentum aller zu sein. Die verständige Form der Wissenschaft ist der allen dargebotene und für alle gleichgemachte Weg zu ihr. Und durch den Verstand zum vernünftigen Wissen zu gelangen, ist die gerechte Forderung des Bewusstseins, das zur Wissenschaft hinzutritt. Denn der Verstand ist das Denken, das reine Ich überhaupt. Und das Verständige ist das schon Bekannte und das Gemeinschaftliche der Wissenschaft und des unwissenschaftlichen Bewusstseins, wodurch dieses unmittelbar in jene einzutreten vermag. Die Wissenschaft, die erst beginnt und es also noch weder zur Vollständigkeit des Details noch zur Vollkommenheit der Form gebracht hat, ist dem Tadel darüber ausgesetzt. Aber wenn dieser ihr Wesen treffen soll, so würde er ebenso ungerecht sein, als es unstadthaft ist, die Forderung jener Ausbildung nicht anerkennen zu wollen. Dieser Gegensatz scheint der hauptsächlichste Knoten zu sein, an dem die wissenschaftliche Bildung sich gegenwärtig zerarbeitet und worüber sie sich noch nicht gehörig versteht. Der eine Teil pocht auf den Reichtum des Materials und die Verständlichkeit der Andere verschmäht wenigstens diese und pocht auf die unmittelbare Vernünftigkeit und Göttlichkeit. Und dann ist immer wieder die Göttlichkeit. Und dann ist es, Vielen Dank.